So, ihr müsstet jetzt eigentlich einen schwarzen Bildschirm sehen. Der ist aber gleich weg, denn ich starte gerade das Spiel. Dann sag ich erstmal Hallo, es ist jetzt wirklich direkt 19.10 Uhr. Ja, ich habe heute mal direkt auf der Minute angefangen, denn ja, gestern habe ich ja 5 Minuten, war ich früher schon online. Genau, so, dann gucke ich mal. Wie gesagt, ich habe, ich spiele, ach ja, ich bin durcheinander, ich bin ein bisschen wieder hin und her gerissen. Ich habe schon einen allerersten Kommentar von Stoney, und zwar 19.10 Uhr, go, go, Gin. Yeah, Daniel, ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ich wollte dir jetzt auch nochmal kurz persönlich sagen, dass du dich wegen gestern nicht bei mir hättest entschuldigen müssen. Das war total lieb und süß von dir. Ja, genau. Leckos 11 schreibt auch. Yay, hi! Super. Ich schreibe jetzt auch nochmal Hallo Leute in den Chat rein. So, ich spiele das Ganze im Vollbildmodus und habe mir die App auf meinem Handy gedownloadet. Also ich sehre, ich sehre, hm? Ich kann euren Chat über mein Handy lesen. Und, 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 Jay ist auch dabei. Yay! Richtig nice. Wäre trotzdem gern dabei gewesen gestern. Dafür aber heute. Ja, das ist lieb von dir. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr überhaupt gerade da seid. Ja, ich denke, ja, wir warten vielleicht noch so eine Minute und, ähm, um nochmal zu gucken, was für Leute sich antümmeln. Und vielleicht geht ja bei dem einen oder anderen halt, ähm, durch die Internetleitung der Stream, grad nicht so auf dem Laufenden. Deswegen, ähm, würde ich ja gerne, dass es geht, dass so viel wie Leute, das, oh, Grammatik heute, dass so viele Leute, ähm, wie es geht, einfach, ähm, rechtzeitig da sein können. Und auch von Anfang an das jetzt sehen können. Ja, Leckos, das stimmt. Ich hab dich gestern nicht in den Kommentaren gelesen. Ich hoffe, dass ihr mich allgemein gut hören könnt. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Optionen rein, ob sich das, nein, geändert hat. Ähm, ich weiß nicht. Soll ich vielleicht eine kurze Zusammenfassung machen? Ja, ich mach sie einfach. Und zwar, ähm, ja, dieses Spiel habe ich bisher noch nie selbst gespielt. Es ist komplett blind für mich. Wir spielen diesen Protagonisten in der nächsten Szene, wenn man auf neu im Spiel klickt, wird er hier runterspringen und sich umbringen. Ähm, dieser Genosse nennt sich... Oh, okay. Gut, ich wusste jetzt nicht, ob ich dich hier so öffentlich einfach so mit deinem Vornamen, ähm, ansprechen darf. Aber gut, dann weiß ich's jetzt. So, und, ähm, er heißt Jacob Reeves und wir als ihn haben halt unser Gedächtnis verloren und anstatt, dass wir gestorben sind, wie wir es erhofft haben, sind wir in einem Motel aufgewacht. Die Frage ist nun, ist das wirklich ein echtes Motel, ähm, oder ist das irgendwie was mit einer anderen Dimension oder... Ja, also mit übernatürlichen Kräften. Dann machen wir mal, ja, weiter. So, ja, ich habe gestern zwei Stunden lang gestreamt. Ich habe es auch bereits schon längst auf YouTube hochgeladen. YouTube. Durch Zufall habe ich gestern das Rätsel lösen können. Also, ja, für Daniel und Leon, die das jetzt gerade sehen, es ist total seltsam. Denn am Anfang waren wir in einem abgelegenen schwarz-grau-weißem Motel. Und jetzt in der nächsten Szene hat uns dann irgendwie ein Geist verfolgt. Und wir sind in den Aufzug hier reingegangen und wir kamen dann auf, äh, also sind mit dem Aufzug halt gefahren und sind dann hier in diesem lebhaften Partyraum, ja, haben uns wiedergefunden, so gesehen. Wir haben auch ein kleines Inventar. Und zwar haben wir jetzt eine rote Rose, die jetzt immer noch gerade total frisch riecht. Wir haben diese Instructions. Und das war's. Der ist gut von dir, Daniel. Das Doofe hier dran ist, also ich denke mal, dass, ähm, diese Instructions, diese Bedienungsanleitungen von den Ecken her für dieses, für diesen Zimmer, ähm, nein, für diesen Raum stehen. Nur wir haben eine, ein Ring und ich habe schon im davorigen Part versucht, den Ring hier in der Mitte und hier links einzufügen und das genauso nachzustellen. Es hat aber nicht funktioniert. Ähm, ich emme wieder zu viel. Ich versuche es echt unter Kontrolle zu kriegen. Ich weiß deswegen jetzt nicht, wie ich weiterkommen soll. Also, wir haben hier eine Bedienungsanleitung, nenne ich sie jetzt einfach mal so, mit der wir, ähm, dass wahrscheinlich ein Rätsel uns, äh, bäh, ein Rätsel ist und wir haben eine Rose, die wir jemandem schenken können, damit wir jemanden so gesehen verführen oder so in etwa. Äh. Ich habe die Idee, dass wir die Rose vielleicht mal hier benutzen, wenn das geht. Ne, er will sie nicht einsetzen. Das ist nicht gut, ähm. Im Raum hier neben haben wir, wollen Rose kaufen, haben wir ein Ventil und mit diesem Ventil drehen wir im davorigen Raum, wo ich gerade war, mit diesen drei Rechtecken oder würfelförmigen, ja, Teile, die Position. So. Bis nach ganz hier hinten können wir auch laufen, aber es gibt's dort nichts mehr. Mit dieser Frau haben wir schon mal geredet, aber... Habe ich das gestern versucht? Hi, Jacob. How is it? Going. Do you like it here? There is no nice way of saying it, Alice. A little longer and I'll lose it. I remember that feeling. But don't worry and let time to... To do its magic. To do its magic. Ich bin heute ein bisschen bescheuert und... Oha. Der Waschmaschine ist auch hier. Das freut mich auch sehr. Well, I better get going. Bye. Goodbye, Jacob. Kann ich ihr die Rose... Ich kann jetzt nicht mehr mit ihr reden. Und die Rose will er ihr auch nicht geben. Ich guck noch mal im Inventar. Ne, sonst würde er sie ihr jetzt geben. Ja, mit diesen Leuten kann ich hier eigentlich nicht reden, weil die sind einfach schwarz gehalten. So, 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 so. So, so, so. Wegen kann... Wegen kann... Also, ne, die Rose haben wir ja von ihm bekommen. Sie ihm wieder zurückzugeben. Okay, warte, hier kommt ein anderer Dialog. Have you charmed someone yet? No, it's not on the top of my priority list. In that case, you have not been here long enough. I think I have. Anyway, may I... May I ask you something? Sure. How did you end up in here? Ah, yes. That's the question. I don't think any of us can remember our fate. You can count me in. Eben. Keiner kann sich mehr davor erinnern, was in seinem davorigen Leben war. Und ich habe davor zweimal gesagt. That's what I guessed. But me, I can remember grieving. A lose of something dear. I don't know. It all turned to black. Next time I saw light was when I opened my eyes and woke up in this odd motel. Huh, I'm sorry. What are you gonna do, you know? Just gotta live with it. Hmm, yeah. Well, I'm off now. Take care. Ich glaube, meine englische Aussprache ist heute echt Müll. Mehr können wir auch nicht mit ihm reden. Ich weiß jetzt echt nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Äh, das wird jetzt hier interessant werden. Ja, diese Rose können wir ihm auch nicht geben. Hier geht es auch nicht weiter. Ja, das war es, was wir gerade derzeit machen können. Allgemein, mit ihm kann ich nicht noch normal reden, weil er die Rose ausgerüstet hat und er sagt einfach, dass die Rose nicht für ihn bestimmt ist. In diesem Raum wurde gestern gesagt, dass die Frau hier etwas Wertvolles aufbewahrt. Ja, die Frage ist nur, was und wie können wir... Ja, wie können wir... Oder die Rose, kann man die vielleicht hier? Ah, nee, ich glaube, das wurde gestern auch vorgeschlagen. Nee, seht ihr? Also, ich... Ich verstehe jetzt nicht, wo es weitergehen soll. Es wurde ein Rätsel gestellt. Einige habe ich schon längst davon gelöst. Das ist hier übrigens ein Speicherpunkt. Es gibt keine Speicher... Wie nennt man das? Kontrollpunkte. Ähm... Leon, das ist ja voll krass. Sind die alle schwarz, ey? In Afrika hier. Ach, Scheiße. Gut, ähm... Ich habe jetzt noch von Jay gelesen, dass man... Den Aufzug... Ja. Ich drück auf den Knopf, aber nichts passiert. Das heißt, mit dem Aufzug können wir auch nicht nochmal woanders hinfahren. Ja. Ähm... Ja. Also, an dieser Stelle bräuchte ich, glaube ich, eigentlich... ein Walkthrough oder einen anderen Tipp, einen Hinweis, was ich machen sollte an dieser Stelle des Spiels. Ich meine, ich weiß, wie gesagt, wir haben im Inventar jetzt nur die zwei Sachen. Eine Rose, mit der wir jemanden verführen beziehungsweise Komplimente machen können. Der Waschmaschine, der ist auch gut. So, und, ähm... Ja, wir haben diese Anleitung mit den Ecken und mit diesem roten Kreis. Ach, ich verstehe es nicht. Dann, ähm... Haben wir ja zwei Räume. Eins mit einem Ventil, das wir drehen können. Und der zweite Raum, der direkt nebenan ist, hat ja diese, wie gesagt, drei Rechtecke. So, dann haben wir hier eine Frau, die die Tür versperrt. In dem Raum müssten wir auch noch rein. Dann haben wir hier den Raum schon längst gestern geschafft. Und haben... Ja, hier gab es nämlich... Dieser Typ hatte uns ein Rätsel gegeben, wie wir diesen Safe hier öffnen können. Den haben wir aber gestern schon bereits geöffnet. Äh... Ach so, Hashtag oder Raute Alt plus F4. Ja, daraufhin, dass wir ihm ja diesen Gefallen getan haben, dass wir ihm beim... bei der Passcode... Äh, wie heißt das nochmal? Konstellation, nenne ich es jetzt einfach mal, geholfen haben. Hat er uns ja diese Rose geschenkt. Ja, ich denke, das Einzige, was natürlich uns hier weiterbringen sollte, ist der Raum mit dem Ventil und mit dem... Dreiecken. Ähm, mit den drei Rechtecken. Er kann nur eine kurze Zeit lang sprinten. Ja, jetzt hängen wir hier ganz schön fest. Also, ich glaube nicht, dass wir heute noch einen Fortschritt schaffen. Ich möchte es gerne schaffen. Ich verstehe das nicht. Was soll man jetzt sonst noch hier machen? Ich kann das wegnehmen. Ich sage mal einfach ja. So, und dann kann ich es aber gleichzeitig hier wieder einfügen. Ach so, er kann es gerade nicht einfügen, weil ich das nicht ausgerüstet habe. Sondern, da ist es. Und es ist einfach nur ein großer, dicker, ja, kreisförmiges Objekt. So. Jetzt hat er das hier reingemacht. Seht ihr? Also, dieser Kreis passt in allen drei Würfeln oder in allen drei, ähm, ja, Rechtecken rein, würde ich mal sagen. Hier kann ich ihn nämlich wieder wegnehmen. Ja. Jetzt haben wir den weggenommen. Und wir können den hier drin wieder einfügen. So. Seht ihr das? Und, ähm, ja, ich, es ist gerade zu hoch für mich, wie gestern mit den ganzen rechten Winkeln und so ein Scheiß. Ich bin mal kurz ruhig und versuche mal zu überlegen, ob wir irgendwas vergessen haben oder ich verstehe das nicht. Oder wenn wir, oder ist das vielleicht so, dass wenn wir diesen Ring woanders reintun, dass sich hier in diesen Räumen irgendwie etwas verändert oder so? Das glaube ich aber eher auch nicht. Also, wie gesagt, mit den anderen Leuten kann ich nicht sprechen. Das sind so gesehen unbedeutende Leute. Ich muss sagen, an dieser Stelle ist das Spiel ein bisschen komplizierter und ein bisschen unangenehm, weil man weiß jetzt nicht, was man weitermachen soll. Ich meine, es wurde die ganze Zeit... Moment, ich habe wieder ein paar Kommentare bekommen. Also, Jay fragt mich, ob ich die Rose bei Alice ausgerüstet hatte. Daniel fragt mich gerade, ob ich schon mal auf dem Balkon war. Ein Balkon? Ein Balkon, wie manche das so aussprechen. Hier gibt es ein Balkon. Ein Balkon. Frage ich mich auch gerade. Ich gucke noch mal, ob ich die Rose ausgerüstet hatte. Ah, vielleicht hatte ich das gar nicht. So. Ich habe die Rose ausgerüstet, drücke E, es passiert aber nichts. Dann ist die Rose bestimmt auch nicht für Alice. Und was ist, wenn ich sie jetzt wegen diesen Instructions frage? Nee, macht sie auch nichts. Oh. Also, ja. Ähm, weiter rechts ist ein Balkon, wenn du durch eine Tür gehst. Äh, weiter rechts? Ich gehe jetzt zwar links, wenn nicht durch eine Tür. Ich gucke mir das nochmal ganz kurz an. hier haben wir diesen Psychologen von uns. Hier geht es auch nicht weiter, weil hier ist eine Wand und ich drücke E als Aktionstaste, aber er öffnet irgendwie keine Tür oder läuft hier beziehungsweise weiter. Hier ist ein Bild von dem Baum, den wir am Anfang schon längst gesehen haben. und ja, hier steht, weiß ich nicht, so eine Art kleines, ähm, äh, Zitat, denke ich mal. Mit ihm, hey, mal gucken, ob wir nochmal mit ihm reden können. Hallo, Jakob, wie sind Sie? All right, ich suppose. Aha, sorry, aber ich muss fragen, wie Sie enden in hier sind? Jakob, mein Presence hier ist trivial. Ich bin eher ein spectator, spectator, even though ich bin hier hier zu help . Determine und hold on to your sanity. Es ist all so messed up. Ich weiß, was zu tun, und ich weiß, was zu glauben. Ich verstehe, Jakob, aber was ich nicht weiß, wie Sie wissen über Gerald und Brett? Hm? Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was Sie wissen. über zu sprechen. Never mind it then. Okay, thanks, I guess. Stay strong, Jakob. Ja, bleib stark, Jakob. Ich meine, wir sind Jakob. Ja, es gab jetzt einen anderen Dialog über Gerald und Brett, aber das hat uns jetzt auch nicht weiter gebracht. Ich lese mal jetzt hier. Weiter rechts ist ein Balkon, wenn du durch eine Tür leist. Rechts in der zweite Tür noch . neuen screen. Ich habe auch schon versucht, ihm die Rose zu geben. So, aber er sagt, dass er davon einen besseren Use hat. Oh, jetzt geht es ja gar nicht mehr. Aber eigentlich hat er, als ich die ganze Zeit versucht habe mit der Rose, hat er selbst gesagt, nein, ich spare mir besser diese Rose für jemand anderes auf oder für etwas Besseres. Irgendwie so. So, dann gucke ich jetzt mal nach diesem Ja, die Frau zeigt aber auch so komisch die ganze Zeit nach rechts. Ich habe hier auch schon versucht, die Rose irgendwie reinzutun. Ne, hier passiert auch nichts. Si, si, senorita. Ach, ich fühle mich gerade so dumm. So richtig bescheuert, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist jetzt eine Tür. So, hier haben wir jetzt eine Toilette. Da passiert aber nichts. Hier geht es auch nicht weiter und das ist wieder die Tür nach draußen. So. Dann gibt es hier den Raum und hier hinten geht es auch nicht weiter. Ich drücke auch E. Ja, es passiert nichts. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich wirklich schummeln und irgendwie schnell eine Komplettlösung ähm... Ah! Was? Äh... Was? Ähm, Moment, Moment. Das... Das sieht hier doch gar nicht wie eine Tür aus. Ähm... Also, ich finde, das ist keine Tür für mich, sondern das sah aus wie eine Wand. Und jetzt habe ich einfach mal... Oh, ja... Okay, kein Wunder, dass wir nicht weiterkommen, wenn ich so bescheuert bin. Überall klicke ich immer eh an. Nur an Wände nicht. Weil ich dachte... Weil ich dachte, dass es offensichtlich für mich eine Wand ist. Und warum soll ich Wände anklicken. Aber gut, jetzt wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, es geht wirklich nach rechts weiter, wie Daniel es gesagt hat. Also, echt genial, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Sonst wäre ich da jetzt wirklich nicht mehr weiter lang gegangen, denke ich mir. jetzt drücke ich am Ende des Balkons auch mal jetzt ein, äh, also E. Es passiert aber nichts. Und es regnet draußen. Gehen wir jetzt wieder hier hin? Ah, das wird ja doch interessanter, wenn... Ah, pst! Hey, you! Come over here! Wer bist du denn? Sorry, I called you like that. That's okay. What did you have in mind? Say, have you noticed that red-haired lady hanging around in the lounge? Yeah, I noticed her. Why? Well, it's a bit awkward. Well, call me again if you can spill it out. Oh, I love her! Das ist sogar total so in pink so mit Herzchen. Das ist ja lustig hier. Also, er liebt sie gut. Oh, I've been wanting to... Ah, what? Ich hab's heute echt mit der Aussprache. Es tut mir leid. I've been wanting to talk to her but I don't know how. You look like a man that knows his way around, woman. Ich seh aus als ob ich mit Frauen umgehen kann. Ach, okay. Okay. I don't mind consider myself a ladies man, but what did you have in mind? Excellent. I want you to get me a date with her. Now, before you refuse, listen up. I have something. You'll need it if you are ever going to leave this motel. Huh. Okay. Huh. Er macht genau dieselbe Reaktion wie ich. Why don't you use it and leave? Well, this place alone is not enough. Besides, there is this lovely lady. Fair enough. You mentioned I will need more than just one piece to get out. What was that all about? Well, this motel is some kind of riddle. Was du nicht sagst. You need to collect all the pieces and solve the riddle. I'm not sure though. The man with the red tie told us this. He said we needed all the pieces if we ever wanted to leave this place. He added that we could stay as his guest, but also mentioned a twisted darkness that would befall us if we were to leave. he to to there is no other way out. I'm afraid not. This is the only way. We once tried to solve the riddle with the residence of this motel. That did not end well. Hmm. I don't get it. That man obviously does not want us to leave. Why give us a chance? Yes, I have been thinking about that. I think it is our damnation. Well, there is hope we push through fighting the pain only to deceive ourselves. But without hope what is left? only pain and despair. But let's cut to the chase. What do you want me to do? I have written a letter to her, but there is something I want to include. I'm listening. A red rose. Classic! Where could I find one? That's the thing. I swear I saw a rose somewhere. You just need to look around. Okay, we'll... Achso. Okay, well, I'll get back to you once I have found it. Thank you so much. Oh, please don't tell the red-haired woman any of these. Perfekt. Wir haben die rote rose schon längst. Die rüsten wir aus. Und hier. Did you find it? Yes, I found it. Woohoo! Oh, oh, exciting! Fucking, oh, ich komme! Oh, nein, noch nicht. Oh, das war so, oh, tut mir leid, eigentlich bin mich nicht so. Ja. Now, I'll just slip rose petals in and seal it. Hey, glad it's sorted out. May I have my reward now? Äh, was? Du machst, ähm, willst du mir etwa sagen, du hast unser Versprechen gebrochen? Ähm, I was kind of hoping you could give this letter to her and tell her you know that she has an admirer. Forever. Uh, really? I mean, really? Achso. Ah, to hell with it. I'll give the letter to her. Achso, ich dachte gerade, aber wir haben doch gesagt, dass reward ist doch Belohnung, oder? Oder habe ich jetzt was falsch? Ja, tut mir leid gerade für diesen Satz. Ich bin eigentlich wirklich nicht so nicht so gut. Gut, aber, ähm, ja, dann geben wir ihr halt diesen Brief. Yes, once you deliver the letter, come back to me for your reward. Achso, okay. Trust me, I will. Definitely. Gut, hoffentlich steht er dann noch. Ich glaube dass er dann weg ist, ne? Ich habe da so ein richtig komisches Gefühl, dass wir den eigentlich nicht trauen können. So. So. A sealed envelope for someone special. I'm supposed to give her the letter, but I'm sure I can put this I can put this to a better use. Hä? Ich bin heute so komisch zweideutig, das tut mir echt leid, ey, irgendwie. In Ordnung, bis gleich, Jay. Gina 2015. Hoffentlich steht er dann noch. Oh, Mann. Ja, ich meine aber, dass er dann noch an der Stelle stehen bleibt. Ja, okay. Leute, ich verstehe das jetzt nicht. wir haben diesen Brief für diese rot, ja, rothaarige, den sollen wir ihr geben, aber der Protagonist selbst sagt, I'm supposed to give her the letter. Also ich, eigentlich sollte ich ihr den Brief geben, aber, but I'm sure I can put this to a better use. Aber, ich glaube, ich kann, ich kann damit was besseres anfangen. so verstehe ich die Übersetzung von Englisch auf Deutsch. Ich drücke eh und will ihr diesen verkackten Scheiß Brief geben, da, aber, ja, er gibt ihn ihr nicht. Also, wie sollen wir jetzt weiterkommen? Und warum sagt der Protagonist auf einmal von wegen, ja, nee, vielleicht, davon habe, ich habe einen better use of it. Hä? Will er den etwa öffnen und einfach lesen, oder was? Also, nee, so habe ich, so bin ich ja nicht. Come back, retard. Äh, Es gibt hier nur eine rothaarige und das war die hier, mit der wir gesprochen haben. Ich gucke mal, ob der Typ, mit dem wir gesprochen haben, ob er dort immer noch sich befindet. Oh, okay, er ist noch hier. Kann ich mit ihm reden? Nein, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Warte mal, in dem Raum war ich ja noch gar nicht. Ach doch, natürlich, das war doch der, genau, Qualcomm. Better use of it? Ich glaube, er muss mal auf die Toilette. Er muss mal auf die Toilette. Ja, komm, so richtig, ja, genau, so richtig schön gepflegt in die Schüsseln Eifäffern. Das ist echt geil. vor allem gibt es hier ja auch noch die Toilette, die eigentlich out of order ist, also, ja, aber, ach komm, scheißen wir. Das hört sich gar nicht wie scheißen an, aber okay. Jacob hat bestimmt Verstopfungen, ich weiß auch nicht. Der hat gerade irgendwie Geschwüre, ich weiß nicht mal, auf was für scheiß Ideen der kommt, dass er jetzt hier sagt, dass er, ja, dass er ihr den Brief nicht geben will. Äh, ich versuche mal, ne, okay, öffnen können wir das aber auch nicht. Ja, was sollen wir dann machen? Es gibt nur eine rothaarige und die heißt Gin. Yay! Ja, das stimmt gerade eigentlich. Ja, ich habe eine Taschenlampe. Da, da siehst du sie. Mit F hole ich sie raus, also F Flashlight. Flashing lights, lights, deli, deli, deli. Oh, ich bin gerade so bescheuert. Es geht hier wirklich nicht weiter. Ich habe eine vage Vorstellung, was er vielleicht möchte. Mal gucken, ob sich diese bestätigt. ich werde euch dann gleich erklären. Aha. Ja, darauf muss man auch mal kommen. Eigentlich. Ah, das ist aber kein Rot. Boah, das, also das ist vom Protagonisten jetzt ein bisschen krass gemacht, weil wenn ich einen Brief erhalten würde, den ich jemand anderes geben sollte, dann würde ich das auch wirklich machen, ohne reinzugucken. Plus, ich würde ihn halt wirklich an der Person geben, an der der Brief adressiert ist. Aber ich verstehe, dass der Protagonist, dass Jacob in diesen Raum rein möchte. Das ist aber total bescheuert. Das ist total bescheuert. als ich ihr die verkackte Rose geben wollte, hat er noch gesagt, nein, sie könnte das wahrscheinlich falsch verstehen. Aber jetzt schicke ich ihr so einen Brief, ne, da kann sie ganz und gar nicht falsch verstehen, ne, also ja, ist okay. Ja, what's this? A fucking letter? Willst du mich ins Bett kriegen, ey? Huh, let's see what it says. Love together for eternity? Äh, cheesy. Sorry, did you say something? No, 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 it's my throat. Ah, 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 ah. Hi, say, who is this mystic gentleman? It's the guy that hangs around the fountain. Bartolome Fitz Gioffre? Ach, du Scheibe. Sounds like our guy. Oh, thank you for delivering this letter. No worries. Um, do you think you could guard this door for a little while? Genau, dann jetzt kann er da reingehen und gucken. Bestimmt nur so ein Kuchen Rezept im Brief. Ja, damit halt manche Frauen besser lernen zu kochen beziehungsweise zu backen. Well, I'm not in a hurry now, so why not? But promise me you won't enter the room. Boah, das Spiel hat mir aber nicht die Entscheidung gegeben. Ich würde es besser finden, wenn an dieser Stelle, wie gesagt, man sich selbst entscheiden kann, dass es zwei Möglichkeiten gebe. Zum einen die Möglichkeit es wirklich der Rothaarigen zu geben oder jetzt hier dieser, ich weiß nicht, die mit der weißen Bluse, so nenne ich sie jetzt einfach mal, weil sie hat ja nicht irgendwie spezielles Haar, man sieht das also nicht, dass man hier dann irgendwie, ja, wie gesagt, sich entscheiden kann, ob man das Richtige macht oder ob man jemanden austrickst, um durch die Tür hindurch zu kommen. Das finde ich ein bisschen schade. Vor allem, das war überhaupt nicht mein erster Gedanke, diesen Brief dieser Frau mit der weißen Bluse zu geben, das kam mir jetzt nur als letztes im Sinn irgendwie. I would never, ach ja, natürlich, thanks, I'll be back soon, bye. Natürlich, stehen wir hier vorne. Nein, wir gehen natürlich rein. Ah, seht ihr, ein zweiter im Ring. Ja, okay, super. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh Gott, schnell raus hier. Oh Gott, schnell raus hier. Da ist ein Brief. Mein Name ist Lisa. I feel insecure. I'm writing this letter. Huh? That is all of... I, 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 mein Herz gerade, ich, oh, that is, that's, that is all there is. Scheiße. I, Hey, hey fellas, can't you play anything else? Jemand beschwert sich schon über die Musik. Also wenn, ich weiß nicht, das kam so unerwartet irgendwie. Es tut mir leid. Es tut mir voll leid, dass ich voll krass geschrien habe. Ich kann mich gar nicht... Mein Herz hat gerade immer noch so ein bisschen gebrochen. Scheiße, ey. Ja, Plot Twist, die Frau mit der weißen Bluse färbt sich die Haare. Oh, es tut mir leid, Daniel. Ich wollte wirklich... Es war selbst für mich gerade ein bisschen zu... Vielleicht müsst ihr einfach ein bisschen leiser stellen. Ich weiß nämlich selbst nicht, an welchen Stellen was passiert. Und... Oh Gott, ist das kacke hier. Ist das schlimm. Ist das schlimm hier, ey. So. Gut, dann haben wir... Ja, den zweiten drin. Gucken wir uns das mal an. Ach, ja, da haben wir es ja. Das erste ist oben. Das, genau. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Strobopop. Wo kriegen wir jetzt das erste? Aber ich meine... Hallo, was war das auch, dass ein Mann auf einmal mit einer Axt... Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte jetzt einfach so, ja gut, nehme ich mir diesen Gegenstand und fertig ist die Sache, ne? Und er steht hier auch noch. Sehr gut. I have delivered the letter. Und... Alter, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist, ja. Great. How did she take it? No, wait. Don't say. As promised, here. Take this. You've got a piece of a riddle. Thanks. I'll get going now. Geht's hier weiter. Und jetzt drücke ich auch an Wände E. Nein, geht's nicht weiter. Hm. Das... Ich weiß nicht. Ich finde den Protagonisten gerade ein bisschen unsympathisch, weil er... Weil er den Typen mit der Liebe ausgetrickst hat. Und sowas mag ich eigentlich nicht wirklich. Ah. Das ist der Bartender vom Anfang. Können wir mit dir reden? You. Yes, it's me, sir. What the hell is going on? Who are you? Calm down, sir. I am your friend. Listen, sir. You cannot trust anyone. They are all... They're... B-b-b-b-b-b... They are only here to confuse you. Enough games. What is this place? Who are these people? This place... Cannot be explained in words. and these people they are malicious sir scum if you don't mind me saying it's me marcel davis von eins und eins liebes für versager ihr bringt mich gerade echt zum lachen und ja habe ich schon vorgelesen es ist abschaum diese leute sie sind abschaum so nennen das i'm not buying that i know you trapped these people i have not trapped anyone besides they are all free to leave you know right from the start they could never leave that was never in my hands but they but theirs they had they had a choice they choose not to use haha so what now i solved your stupid riddle my riddle you don't understand sir how could i i'm sorry sir i understand it's all so confusing i can't explain the meaning of all these but i can show you the path you must travel i must warn you sir that road is filled with suffering and terror are you ready sir nein ich will erstmal abspeichern not yet i want to look around a little more let me know when you're ready so gut das war also doch gut dass wir das die instructions hier so in der richtigen reihenfolge gemacht haben und wir brauchten doch drei ringe dazu und nicht nur ein ring so abspeichern damit wir den rest nicht noch mal machen müssen so laut dieses laut dieser person sind all diese leute geister beziehungsweise abschaum dass die uns halt austricksen nichts scheint wie es wirklich ist und dass sie ja ihre chance hätten diesen ort zu verlassen nur sie tun es halt nicht ich bin gespannt ob da mehr dahinter steckt auf jeden fall werden wir jetzt den weg nehmen der nur gruseliges und horrormäßiges verbirgt so wie er das ja gerade erklärt hat ich kann mich doch ich kann mich noch bewegen oha es wird blutig die wände hier fließt das blut schon runter oh mein gott sind wir jetzt in der alternativwelt von silent hill peek and listen there are doors throughout the world you can peek or listen through when you are facing a door like this one of the following icons appear you can peek through the door by clicking the right mouse button okay und when an ear icon appears you can listen through the door by clicking the right mouse button ach so beides mit rechter maustaste halt aber nur verschiedene zwei verschiedene möglichkeiten dann ist das nun so weit dass sich die wirklichkeit uns offenbart oh oh ich habe gerade nichts zu sagen weil ich nachher nachdenke was wie ich hier rauskommen könnte ich habe nämlich angst vor dieser gestalt und die läuft hier sogar hin und her das heißt diese gestalt wird uns gleich folgen scheiße wir haben gerade abgespeichert gut machen wir es einfach scheiße ah ich konnte erstmal hören an dieser tür konnte ich hören aber ich bin zu schnell hier reingelaufen ja das sieht schon viel mehr aus als ob hier irgendetwas schlimmes passiert beziehungsweise als ob wir in einer raumhaften dimensionen wären statt das mit dieser party und so it's a fountain fountain wie hört man das auf englisch wie fau fountain keine ahnung wie man das wirklich auf englisch ausspricht it's jammed ja es ist ähm nicht betretbar ich höre aber nichts oh Hä? Ähm, das war jetzt gerade ein Game Over. Hä? Was zur Hölle? Was soll ich denn anderes machen? Der läuft doch die ganze Zeit die Strecke hin und her. Ähm, ja, ich versuch's nochmal, aber ich bin grad nicht mehr positiv darüber gestimmt, was jetzt gerade passiert ist. Ich versteh das nicht. Scheiße. Das ist das allererste Game Over, das ich bisher hatte. In diesem Scheißspiel. Äh, nein, es ist kein Scheißspiel, ich mag es. Aber ich mein nur. Ja, du, du, keine Ahnung, du bist irgendwie ein Teufel, du bist der Herrscher dieser seltsamen Dimensionen, deswegen kannst du sie jederzeit zu dem hervorrufen, was es eigentlich wirklich ist. So, jetzt gucken wir nochmal durch diese Scheiße. Ja, ich weiß. Ja, es, ja, es, er läuft hier vorbei. Ich dachte, wenn ich die Taschenlampe vor allem anhatte, dass er durch das Licht, so, wie sagt man, geblendet wird. Weil das ist ja eine Kreatur der Dunkelheit. So dachte ich mir das. So. Aber irgendwie, ja gut, ich darf diese Kreatur also anscheinend nicht berühren. Oder die Kreatur darf mich nicht berühren, also uns nicht berühren. So, hier war die Tür blockiert. Boah, Leute, wenn ich rülpsen muss, dann mach ich's nur einfach, ne? Es ist eine Fontäne, a fountain, fountain. Warum soll ich denn jetzt aber hier hören? Warum soll ich jetzt... Ich versteh das nicht. Wenn mir... Bitte nicht nochmal pass... Nicht, was? Was? Nein! Das sollte nicht passieren! Deswegen kann man also an dieser verschissenen Tür das hören. Also gut, wenn, wenn wir... Geräusche hören. Oh, scheiße. Wenn wir Geräusche hören, dann... Meine Fresse. Dr. Chaos, lol. Ein Date mit mir? Hi, Dr. Chaos. Ich habe dich bisher noch nie in diesem Livestream-Chat gelesen. Ich weiß nicht, wer du bist und ich weiß nicht, wie du das meinst. Ich weiß nicht, wie du bist und ich weiß nicht, wie du bist und ich weiß nicht, wie du bist. Okay, wir müssen das... Wir müssen das echt hinkriegen. So. Wir gehen direkt gleich nach links. So. Es ist schwierig hier. Wo läuft denn der jetzt eigentlich hin? Ah! Fuck. Ich kann sprinten. Das ist doof, dass man hier nicht rausgucken kann. Ich gehe hier immer wieder hin, damit wir wissen, dass wir hier schon immer alles durchsucht haben. Und... Fountain. So. Das muss ich mir echt merken. So. Jetzt muss ich auch aufpassen. Ich muss... versuchen... Ich höre nichts mehr. Ich glaube, jetzt können wir raus. Ja. 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 Ja! Scheiße. Okay. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. Okay. Wir machen das so. Wir gehen gleich in die rechte Tür rein. Wenn diese... Diese Geistgestalt wieder nach links geht. So machen wir das. Okay. Wir müssen uns bereitstellen. Bereit. 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 Jetzt würde ich sagen. Schnell. 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 Okay. Gut. Hier ist auch alles rot. Mit Blut. Es bringt einen aber jetzt nichts mehr, das zu drehen. Was? Man könnte das immer noch drehen. Was? Hä? Ich habe doch gar nicht daran gedreht. Wird mich jetzt dieses Gas umbringen oder was? Keine Ahnung. Das Gas war bestimmt nur zum Erschrecken. So. Wir müssen ja gleich nach rechts. Das heißt... Ja. Lauf weiter. Lauf weiter. Jetzt gehen wir raus. Lauf weiter. Lauf weiter. Ja. Und hier wird gespeichert. Super. Geht der Fahrstuhl? Nein. Nichts passiert. Wieder diese zweideutigen Schreie. Scheiße, ey. So. So. So, so, so. Oh. Ich habe nicht gehört. Aber... Oh. Gut. Oh. Hä? 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 Äh, tschüss. Hä? Der läuft voll die seltsame Route. Wie sollen wir das denn... Ich mache es jetzt mal einfach. Hä? Soll ich die Taschenlappe anmachen? Das meine ich, der... Man kann... Wir kommen doch hier gar nicht mehr weiter. Weil der läuft so eine komische Route, dass wir gar nicht... Ja, dass wir halt gar nicht mehr weiterkommen. So. Boah, obwohl ich so nah an ihm bin, stört... Stört ihm das gar nicht. Hä? Wenn er uns hier aber jetzt erwischt, dann... Ja, dann sind wir wieder tot. Hm. Was soll das auf einmal? Oder sollen wir hier noch irgendwas erkunden? Kann man auf die Bühne gehen? Ich drücke E und gucke zur Bühne. Aber es passiert nichts. Mit dem... Ja, Fahrstuhl könnten wir auch nicht. Hier habe ich schon die drei Türen durchsucht. Da gab es auch nichts. Ja, dann... Ich glaube, das ist gerade an der Tür, weil man das so komisch so... Jetzt hört man nichts mehr. Was heißt... Aber ich kann doch nicht kämpfen. Sonst wäre schon längst so ein Kack-Tutorial gekommen. Okay, langsam kriege ich mich ein. Langsam machen mir die keine Angst mehr. Ist das aber einfach nur doof? Ich weiß nicht. Ja, wir müssen hier vorbei. Ich kann auch nicht springen. Ja. Ja, das passiert. Bitte. Was soll ich jetzt in dieser Situation machen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte man die Taschenlampe auch ausmachen. Du hast also keine Angst mehr. Na gut, ich versuche das mal. Ich bewege mich nicht. Aber nein, er hat geschrien. Nee. Das war ein guter... Wie nennt man das nochmal? Das war ein guter Hinweis, Jay. Ich dachte jetzt auch, das würde vielleicht klappen. Aber... Ich habe mich nicht bewegt. Und hatte keine Taschenlampe an. Ihr habt es ja gerade selbst gesehen. Dass der trotzdem diesen Schrei gemacht hat. Und mich halt aufgegessen hat. Ja, was soll denn das aber jetzt hier? Kann ich hier was entnehmen? Nein. Der hat mich auch wieder erkannt. Deswegen schreien die dann immer. Ja, fuck. Ja, wo soll es denn jetzt weitergehen? Hallo, Spiel. Läuft ja der hier überhaupt noch rum? Ja, der läuft hier noch rum. Also, in den drei Räumen, die wir waren, gab es nichts zu holen und auch nichts zu machen. Ich habe nichts mehr in meinem Inventar, bis auf diese Instructions. Gin zum Abendessen. Oh, Daniel. Wobei... Ja, was denkst du dir? Willst du mich aufessen? Dann gibt es mich doch gar nicht mehr. Sollen wir hier in der Dunkelheit mal die Taschenlampe anmachen? Oh, hier hat ja die Taschenlampe total viel Effekt. Nicht mal vor der Taschenlampe haben die ja Angst. Die schrecken ja gar nicht davor zurück. Die werden nicht mit der Taschenlampe geblendet. In der Dunkelheit erkennen die mich trotzdem. Das ist jetzt nur noch... Keine Ahnung. Ich bin jetzt wieder an eine Stelle gekommen, wo ich einfach nur irgendwas ausprobiere und irgendwann finde ich es heraus. Aber das ist irgendwie total bescheuert. Ja, was? Ja, was? Ja, gut. Shit, man. Shitty, shitty, shit, shit. Das einzige Lied, was mir einfällt, dass ich hierbei singen könnte, damit ich keine Angst bekomme, ist von Spongebob irgendwelche Lieder. Ich muss an die Tür ran. Ich muss... Aber er läuft... Ich verstehe es nicht. Soll man den irgendwie überlisten? Kann man den ja nicht. Was? Ach, zum Glück habe ich es auch geschafft. Denkt ihr, dass wir irgendwas übersehen haben? Toast-Brot-Gesellen. Genau, ich bin ein Taubesnüsstchen. Du bist ein Taubesnüsstchen. Wir alle sind Taube-nüsstchen. Taube, Taube, Taube-nüsstchen. Yo, ich gehe voll ab. Yo, yo, yo. Boah, motherfucker. Ich bin voll der fucking shitty Rapper. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-G-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oder F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß? Ganz friedlich und freundschaftlich. Und dann kommt Plankton mit seinen bösen Sachen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Komm, dann gehen wir hier nochmal rein. Das hat geholfen, Jay. Huh? The light went out. I wonder if something else happened. Ähm. Hä? Ist das ein Geist? Was ist das? Ich hör dich noch. Ich glaub, wir müssen vielleicht dicht hinter ihm bleiben. Hä? Ah, er hat uns sicher hierhin gebracht. Und habt ihr gesehen, das Monster hat dadurch irgendwie seine... Oh nein. Route geändert. Hier hab ich Angst. Denn das war dieser Raum mit der Axt. Und das Blut ist... Äh, das Blut ist voll mit dem Bett. Hm? Das Bett ist voll mit Blut. Und an der Wand steht irgendwas mit Reach. Warmth. The Warmth. Reach. Geht der jetzt vielleicht weiter? Feel insecure. Feel insecure. I'm petrified. I can hardly write. My hands are shaken. Someone help us. What the hell is this? Ja, weil in der anderen Dimension, ich nenn's mal, ja, in der Nicht-Alternativ-Welt, stand ja nichts weiter beim Brief. Jetzt ging der Brief aber weiter. Und ich lese den jetzt noch einmal. Ja. Gut. Flashlight wieder aus und jetzt hören wir mal. Ach, man kann hier sogar gucken. Das ist gut. Dummer Plankton. Wir gehen gleich raus. Jetzt gehen wir raus. Wir gehen in den nächsten Raum rein. Ach, der sieht ja hier auch nicht so schön aus. Das Gemälde ist weg mit den Flugzeugen oder mit den Vögeln. Und hier? Ich drück eh, aber es passiert nichts. Liegt hier jetzt irgendwas? Immer noch Junk. Kann ich hier jetzt das Licht anmachen? Nee. Rausgucken. Ich will das jetzt hier nicht verkacken, weil mein letzter Speicherpunkt war ja ein bisschen länger her. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Vieh auch hier bis hier hinten entlang geht. Deswegen warten wir mal kurz. Ich glaube, so weit kommt der nicht. Gut. Gehen wir raus. Hoffentlich war das jetzt nicht ein Fehler. Nee, bisher... Nein, ich habe einfach... Jacob steht da oben. Ähm... Was zur Hölle? Happy Birthday? Ähm... Aha. Ist auf der Bank irgendwas? Da war wieder der Typ und er hat uns einen roten Luftballon mit einem kleinen Präsento hinterlassen. Ja, ich würde ihn auch nicht... Ich würde ihn auch nicht... Vielleicht, maybe that present could help me. You got a coin. Wait. What? A coin. Also im Geschenk war eine Münze drin. It's a coin. Where could I use it? Wo können wir die nur verwenden? Liegt hier sonst noch irgendetwas? Ich drücke E. Nein. Das ist ja mal komisch. Den Luftballon können wir uns auch nicht mitnehmen. Und jetzt drücke ich hier auch nochmal E. Aber nein, hier geht es auch nicht weiter. Puh. Scheiße. Habt ihr gesehen? Der läuft jetzt hier seine Route lang. Hä? Was läuft der denn jetzt gerade für eine Route? Aber gut, ich glaube, ich verstehe. Wir müssen in den anderen Raum reinkommen. rein da! Ja, wir haben es geschafft. Oh, super. Hoffentlich sind jetzt nicht hier zwei in dem Gang. Oh, es sind keine zwei in dem Gang. Das ist gut. Hallo? Ich muss speichern. Ja, gespeichert. Was? Oh. Oh, scheiße. Lauf mal eine andere Route, du dumme Monster-Pute. Der ist richtig gut. Das reibt sich total toll. Oh, man, oh, man, oh, man, oh. Können wir mit der Münze, ist das jetzt so eine Eintrittskarte, dass wir mit dem Fahrschuh fahren können? Und nein. Wenn, 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 wenn there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! Auch sehr cool, das Lied. Jay. Meine Aussprache ist echt manchmal seltsam, ne? Ich geh mal jetzt hier rein. Wofür brauchen wir die Münze jetzt, frage ich mich. Es ist hier so laut. Laut, laut. Ne, der läuft ja mit da. So. Wir haben zum Glück gerade abgespeichert, also... Uns sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Sollen wir die Münze irgendwo hier reintun? Wir haben die Münze ausgerüstet, aber nein, es sagt hier nichts zu. Hier tut er auch nichts rein. Und hier tut er auch nichts rein. Okay. Okey dokely. Flanders. Not Flanders. Wenn er jetzt nach rechts geht, gehen wir raus. Jetzt. Jetzt sie, jetzt sie. Ich muss jetzt alles verniedlichen. Können wir mit der Münze jetzt hier rein? Nein. Sollen wir die Münze in die Fontäne reinmachen? Ah, genau. Wegen Aberglaube und so. Genau. Toss a coin for a wish. Ja. Was zur Hölle passiert jetzt gerade? Ich habe ein ungutes Gefühl. Äh. Help us. Help us. Wurde gerade geflüstert. Ist jetzt das zweite Kapitel? Ey, das sieht voll aus wie ein PT. Mit den Augen an der Wand. Boah. Und so mit diesem dunklen Rot. Boah. Was zur... You came here to... Ja, nein. You came to visit me. I... Where am I? What is this? You are in my house. Lovely. Is it not? Ähm. Kein Kommentar. What happened to all those people? They are not real people. Only sickness of the mind. But that is not essential. I'm feeling sick. Yes. It is the sickness that carves you from the inside. But don't you worry about that, Mr. Reeves. I'll take care of it. I'm your friend, remember? I'm delusional. I'll wake up any moment now. Things I have seen can't be real. What did you say? You are not real. Are you questioning my existence? After all, I've been through. Scheiße. Meine Dinge. Mein Chatverlauf ist ausgegangen. Also, after all, we've been through. The pain is real, Mr. Reeves. There is a butcher knife on the table. Take it. No! What the hell? How is this happening? Now, lift it up. I can't fight against it! Your other hand. Put it on the table. No. No. Please. Don't do this. Strike it. No! Ah! Stop it! Again. Was? Yes! Yes! Fine! You are real! Yes! I am real! And you are nothing but a slave in this house! I'm sorry! Please! Please stop it! Chop it off! Oha! Ach du Scheiße! Der, der hat Kontrolle über uns ergriffen! He is changing. It's getting worse. I need to help him. What the hell happened? Let's try it again. Shall we? Okay. Okay. Please. Just tell me. What do you want? I want you to listen to me. Yes. I can do that. I am your friend. Remember that. I... Yes. Yes. That's the spirit. Now, your journey. It must continue. You are going deeper, but also reaching higher. But I must warn you, Jacob. You are not alone in that house. Look out for yourself, sir. I must warn you, Jacob. I must warn you, Jacob. I must warn you, Jacob. Chapter 2. The House of Ashes. Ich mag die Umgebung Ich mag die Umgebung immer, wie das so aussieht Das war gerade wirklich Schon etwas krasser Und jetzt sind wir plötzlich in einem Haus Und Der Typ hat uns geraten Auf uns selbst aufzupassen Und hat uns gesagt, dass wir nicht alleine Hier sind Okay Liegt was auf dem Tisch? Nein Hier an der Wand ist auch nichts Hier auch nichts Ich denke, dass wir für heute langsam Zum Schluss kommen Wir haben jetzt auch schon Oh, Speicherpunkt Super Weil wir haben jetzt das erste Chapter auch geschafft Ganz alleine Zum Glück Ja, aber Daniel Da hast du echt recht Das kommt halt davon Wenn man so frech ist Ja gut Ich würde sagen Wir gucken vielleicht noch ein bisschen Was uns draußen erwarten wird Und dann Ja Würde ich auch langsam dann ausmachen Okay Ich muss komischerweise sagen Aber Illuminati Das bedeutet gleich ein Dreieck Schlaumeier Der Teufel Oder die komische Person Hat doch gesagt Dass das halt Dass er nicht alleine ist Auf jeden Fall verstecken Du kannst dich vor Monstern verstecken Wenn du hinter Cardboxes bist Once you find a place to hide Make sure to switch off your flashlight When you successfully hide from the monster The screen turns red Successfully Okay Verstanden If you are being chased by a monster While you hide You need to steady your breath By holding a green circle inside the box You control the green circle with your mouse Ah Das ist ja hammer gut gemacht Du musst dich verstecken Du musst natürlich das Licht ausmachen Und du musst so versuchen Deine Atmung halt Ruhig zu stellen Damit du auch nicht auffällst Das ist richtig cool Sind hier schon irgendwelche Boxen Hier gibt es eine Tür Das sehe ich Hier gibt es auch eine Tür Aber hier gab es gar keine Boxen Na gut Gehe ich mal zu der Tür Es ist hier echt groß Sun Divided City Sun Divided City Left side has two fragments For those who live higher Right side has two fragments For those who live lower Aha Und das soll mir jetzt was sagen Ich gucke mir mal die Häuser Also warte mal Die linke Seite hat zwei Fragmente Für die Leute Die höher leben Die rechte Seite hat zwei Fragmente Bedeuten Dass man erfolgreich Sich versteckt hat Okay das ist gut zu wissen Zwei Sechs Fünf Es scheint Vielleicht wichtig für uns zu sein Aber ich werde mir das jetzt nicht ausschreiben Weil ich Nur ganz kurz jetzt noch So gucken möchte Was uns so hier erwartet Sodass wir die ersten Räume schon mal Erforscht haben Erkundet haben Ich bin gerade echt so krass geflasht So hört sich das nämlich wie Ein normales Kreischendes Baby an Und wenn man sich Erfolgreich versteckt Klingt das total schrecklich Boah Hier ist eine Wiege There is something inside You got a Master Key Ist ein Master Key Ein Schlüssel Ein General Schlüssel Der überall reinpasst Kann das vielleicht sein Oder Hab ich da falsch Dieses Bild Was wir sehen Das sind wieder diese Bäume Die aber so seltsam rumragen So Und Unten weiter links Da Sieht das so aus Als ob da so ein Kind stehen würde Boah Diese Geräusche Scheiße Ja Ja schreiende Kinder Sind wirklich immer gruselig Boah 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 Wir schaffen das nicht mehr Wir schaffen das nicht mehr rechtzeitig Rein hier Rein hier Rein hier Rein hier Hä Achso Verstehe Ah Scheiße Oh Fuck Wir haben es nicht geschafft Oh man Continue Yes Boah 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 Ich habe das jetzt auch mit der Atmung verstanden Dass man mit dem Mauszeiger da hin und her machen muss Also wir haben jetzt gerade Diesen Master Key entdeckt Den habe ich jetzt aber nicht mehr stimmt Weil Davor haben wir nicht gespeichert Danach haben wir nicht mehr abgespeichert Nun gut Dann würde ich sagen Dass wir einen kurzen Einblick schon mal gewonnen hatten Wie das zweite Chapter so ungefähr ablaufen wird Also wir können uns jetzt hier Vor den Gestalten verstecken Wir müssen sogar beim Verstecken unsere Und äh Was noch mal Bah 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 Ja Ich denke auch Dass das logisch wäre Mit dem Master Key Ne Daniel So Jetzt überlege ich nochmal kurz Ja Wir haben es jetzt gleich Okay Gleich Viertel vor neun Ich denke Das reicht auch für heute Ich wollte heute sowieso nur Eine etwas kürzere Livestream Sitzung halten Da ich ja gestern schon Eine zweistündige Gehalten habe So Ja Also Bisher Finde ich das Spiel immer noch Total interessant Spannend Gruselig Ich würde wirklich Ich möchte auf jeden Fall gerne wissen Wie es weiter geht Ich weiß nicht wie es euch geht Ich hoffe dass Ich eure Dass ich die Also wie nennt man das nochmal Das Spiel auch eure Euer Interesse weckt Oh Gott ey Jetzt Zum Schluss zu bin ich immer Wie so ein stotterndes Scheiß Blach hier Ja Ich denke dann Dass der nächste Livestream Höchstwahrscheinlich Nächste Woche Freitagabend Oder Samstagabend Statt Äh Stattfinden wird Ich werde euch dann aber noch Rechtzeitig Bescheid geben Wie gesagt Ich mache nicht einfach so Livestreams Sondern ich kündige die Ich versuche sie immer so Mindestens einen Tag vorher Auf meinem YouTube Channel Die halt Früher Anzukündigen Ja Es kann vielleicht sein Wenn ich jetzt im Laufe der Woche Lust auf das Spiel noch habe Und auch Zeit dafür finde Dann könnte es auch sein Dass ich vielleicht schon am Mittwoch Oder sogar Donnerstag Einen kurzen Stream Also unter kurz Verstehe ich vielleicht Eine Stunde lang Ähm Veranstalten werde Aber wie gesagt Wenn ich das wirklich Irgendwie merke Okay Ich könnte das machen Dann Dann wie gesagt Lass ich euch über YouTube Bescheid wissen So Ja Dann Möchte ich mich Auf jeden Fall Bei euch Zuschauern Ganz ganz herzlich Und lieb bedanken Dass ihr eingeschaltet habt Und dass ihr dabei wart Ganz besonders Möchte ich mich natürlich An Stoney 92 Bedanken An Joy Wachun Ich weiß Ich glaube Ich habe dich Falt ausgesprochen An Lekos 11 An Der Waschmaschine Und Ich überlege Gerade War heute noch Irgendjemand Der tatkräftig Mitkommentiert hat In dem Stream Weil ich kann jetzt Nicht mehr scrollen Auf meinem Handy Ich denke Das waren Ganz besonders Die Leute Die halt Sehr viel Mitkommentiert haben Ja Dankeschön Aber natürlich Allgemein An euch alle Auch nur die Die still Zugeschaut haben Ich hoffe Einfach wirklich Dass ich euch Solche Spiele Näher bringen kann Und dass ihr auch Solche Interesse Für solche Spiele Entwickelt Denn ich denke Dass ganz oft Solche kleinen Indie Spiele Auch mit solcher Etwas Weniger Guten Grafik Dass die Manchmal auch Eine Viel Viel Tiefgründigere Oder Interessante Interessantere Geschichte haben Als so Mainstream Spiele Also damit Will ich jetzt Aber Nicht sagen Dass Mainstream Spiele Scheiße sind Das einzige Spiel Das ich Von Mainstream Haftigkeit Her Scheiße Finde Ist Call of Duty Und Battlefield Aber Jeder hat Einen anderen Geschmack So soll es Auch sein Ja Also ich will Jetzt hier Niemanden Damit Irgendwie Angreifen Oder so Ich sage nur Für mich selbst Dass ich Call of Duty Und Battlefield Überhaupt Nicht ausstehen Kann Sonst Ja Spiele ich halt Einfach Gerne Am meisten Spiele ich aber Viel viel lieber Spiele Die halt so Ja Eher Horrormäßig Sind Ich liebe einfach Horrorspiele Und vor allem Die halt eine Ja Spannendere Tiefgründigere Geschichte Enthalten Und ich lese Gerade Dass Only Trouble Geschrieben hat Schade Ich habe es verpasst Dann begrüße ich dich Jetzt hier nochmal ganz kurz Only trouble Dich habe ich bisher Noch gar nicht gelesen Ich weiß also nicht Wirklich wer du bist Aber Auf jeden Fall Dass du noch zum Schluss Eingeschaltet hast War auch sehr lieb von dir Du brauchst keine Angst zu haben Spiel geschrieben hast Nächsten mal Lust und Zeit Und dass euch das Spiel auch interessieren wird Also Wir sehen uns dann Der letzte macht das Licht aus Ich kann hier aber Ich kann hier aber das Licht nicht ausmachen Weil es hier keinen Lichtschalter gibt Naja Ihr wisst wie ich Wie ich das meine Also Bis dann Das seht ihr jetzt auch noch So Or 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 Ouah Vielen Dank.